Ich zeige euch heute die beste Waffe und das beste Setup, was ihr in Valhalla bekommen könnt. Seit dem Patch 1.6.1 haben wir nämlich eine neue Waffe, die übertrieben gut ist. Und die schauen wir uns heute an, also bleibt hier gerne mit dabei. Ubisoft hat uns mit dem neuesten Patch nicht nur die Gräber der Gefallenen und dadurch neue Rätsel mitgebracht, sondern auch eine neue Waffe, nämlich ein ISO-Schwert, welches unglaubliche Perks hat, gerade in Kombination mit einem speziellen Rüstungsset. Ich werde heute über die Gräber der Gefallenen ausführlich sprechen. Dort werden einige Spoiler enthalten sein. Dementsprechend, wenn ihr die noch nicht abgeschlossen habt, checkt das Video ab, wenn ihr die beendet habt. Oder falls ihr sie noch nicht beendet habt, weil sie zu schwierig sind für euch. Ich habe eine Playlist mit allen Gräbern und Tipps dazu hier oben mal in die Infokarte reingepackt. Schaut sie euch gerne mal an. Aber legen wir mal los, denn dieses ISO-Schwert ist ein ganz besonderes Schwert. Wir haben dieses Schwert schon in Assassin's Creed Unity gesehen und jetzt wissen wir, woher es ursprünglich kommt. Dieses Schwert hat einen besonderen Effekt und zwar, wenn wir aus der Entfernung einen Gegner markieren und leichte Angriffe durchführen, dann wird ein Energiegeschoss freigesetzt, was ihr hier seht im Gameplay, welches den Gegner trifft. Das Geile ist dabei, dass wir nicht nur Fernkampfschaden durchführen, sondern auch leichte Schilde von Gegnern durchbrechen können damit und dementsprechend halt dann besseren Schaden durchführen können. Diese Energiegeschosse können wir fünfmal ineinander verschießen, bis wir dann 15 Sekunden warten müssen. Allerdings gibt es da einen kleinen Trick und zwar könnt ihr im Inventar einfach die Waffe entrüsten und dann wieder ausrüsten. Dann ist die Abklingzeit quasi annulliert oder deaktiviert und ihr könnt weiterschießen. Was nicht ganz so gut funktioniert, sind die Gegner mit großen Schilden. Die werden nicht durchbrochen mit den Fernkampfangriffen und ab und zu gibt es auch Animationen von Gegnern, die dazu führen, dass diese Energiegeschosse einfach durchgehen. Das seht ihr auch hier in dem Gameplay. Ihr seht ja, ich habe hier ein spezielles Set an, welches wir benötigen, um das beste Setup in Valhalla zu kreieren. Das ist das Heldentod Set und das gab es schon in den Gräber der Gefallenen Pack 1. Ich zeige euch am Ende des Videos, wo die ganzen Gräber sind und was die Grundbedingungen sind. Allerdings müssen wir alle Gräber der Gefallenen abschließen, um dieses gesamte Setup zu bekommen. Doch was ist an diesem Heldentod Set so besonders? Naja, zum einen bekommen wir, wenn wir zwei Gegenstände ausgerüstet haben, erstmal einen Bonus für Rüstung, Nahkampfschaden und Fernkampfschaden. Das ist das erste und, das ist viel wichtiger, wenn das gesamte Set ausgerüstet ist, dann wird so eine Art Energie freigesetzt, wenn du getroffen wirst vom Gegner und diese explodiert dann nach ein, zwei Sekunden und fügt halt Schaden dem Gegner hinzu, was erstmal an sich ganz cool ist. Jetzt in der Kombination mit dem Schwert passiert folgendes. Diese Energie wird freigesetzt, es explodiert und in der Mitte bleibt so eine Art Sphäre übrig und mit der könnt ihr interagieren und dann bekommt ihr nochmal einen Bonus on top auf euren Nahkampfschaden und nicht nur das, auch der Schaden dieser Energiegeschosse vom Schwert, die werden erhöht und ihr könnt diese Energiegeschosse nicht fünfmal hintereinander abschießen, sondern zehnmal hintereinander. So, und jetzt überlegt mal, ihr habt diese Geschosse zehnmal hintereinander, bekämpft die Gegner, geht kurz ins Inventar für vier Sekunden, wechselt die Rüstung wieder und habt dann im Grunde wieder zehn Geschosse for free, die ihr abfeuern könnt. Ziemlich krass, ziemlich OP und vor allen Dingen auch, wie Joe Raptor in seinem Video gesagt hat, könnt ihr das Ganze mit der Rune beim Runenschmied von Mjölnir kombinieren. Ich habe die nach 350 Stunden immer noch nicht, aber ihr könnt sie auf jeden Fall mit dieser Rune verstärken und generell natürlich auch die Rune vom Runenschmied, die sind schon sehr, sehr speziell und können dieses Setup nochmal viel, 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 viel besser verstärken, als es an sich jetzt schon gut ist. Nochmal eine Frage zwischendurch, hat euch das Video bis hierhin gefallen? Wenn ja, lasst doch mal einen Dränger-Daumen nach oben da für dieses Video, würdet ihr mich supporten und wenn ihr keine weiteren Videos zur Assassin's Creed Lore zu den News verpassen wollt, dann lasst jetzt gerne hier ein Abo da. Aber machen wir weiter, denn wir haben hier aufgelistet das Heldentod-Set, das Loderne Schwert. Wie bekommen wir das eigentlich? Ihr müsst dazu alle Gräber der Gefallenen abgeschlossen haben. Zuallererst müsst ihr eure Siedlung auf Stufe 4 bringen. Wenn ihr das erledigt habt, dann habt ihr die Möglichkeit, diese Questline zu starten, obwohl sie keinen Marker hat. Ihr müsst dazu an das Ufer von eurer Siedlung, neben dem Steg, neben der Schiffsmacherin und da steht so eine Gruppe und somit wird die Quest so ein bisschen initiiert. Und dann könnt ihr die Odin-Runen abklappern. Die kennt ihr vielleicht, wenn ihr meinen Kanal verfolgt habt. Das sind nämlich die Eingänge zu diesen Gräbern. Das allererste Grab befindet sich gegenüber unserer Siedlung, Manius Heiligtum. Wenn ihr mit Sühnen in der Luft seid, dann seht ihr auch diese blaue Aura und da könnt ihr dann reingehen und das ist das erste Grab. Das nächste Grab ist in Euphobik-Schur Venotius Grab. Das befindet sich ziemlich zentral davon, von der Region, in der Nähe vom Aussichtspunkt, eigentlich direkt dort. Dort habt ihr das erste Grab von den Gräbern der Gefallenen in Pack 1. Das nächste Grab befindet sich in Chobeshir, ziemlich weit im Norden, sogar an dem Fluss Seyfern. Dort gibt es auch einen Hafen, wo ihr ihn teleportieren könnt und da befindet sich Kassia Viljaunus Grab. Das vierte Grab befindet sich in Estengla, der Budikas Grab in der Nähe von Elmenham. Da gibt es auch einen Hafen, das ist ziemlich weit im Norden, direkt am Fluss. Und somit habt ihr jetzt schon mal alle Gräber komplett, um das Heldentod-Set zu bekommen. Das ist im Grunde alles. Mehr braucht ihr erstmal nicht, nur diese vier Gräber. Und dann haben wir die zwei neuen Gräber natürlich, die uns zwei Waffen bescheren. Einmal Togodumnus Grab in Westhaxe, ganz im Süden, in der Nähe des Klosters Brimeliff. Und dann in Hamtonshire, ganz im Nordwesten, in der Nähe von Ufentun der Festung. Da gibt es Verikas Grab, das ist auch eine Mastery Challenge. Und dann habt ihr im Grunde die wichtigsten Gräber. Für alle, die vielleicht noch nicht so weit gekommen sind, ihr müsst im Grunde auch nicht kämpfen. Ihr müsst euch einfach nur vorbeischleichen. Ihr könnt also euch schon in diesen Regionen bewegen, müsst also nirgends irgendwie kämpfen. Das ist ziemlich entspannt. Und somit könnt ihr auch, wenn ihr vielleicht noch nicht in Hamtonshire seid, da euch das Grab holen. Das letzte Grab könnt ihr nur öffnen, wenn ihr in diesen fünf Gräbern die ISO-Artefakte eingesammelt habt. Ich werde dazu morgen auf jeden Fall ein Video raushauen, wo ich euch die Locations zeige. Und diese benötigt ihr, um dann diesen, ich sag mal, Sesam öffne die Spruch aufzusagen, um das letzte Grab freizuschalten. Die Edenring-Station. Und in dieser Edenring-Station werdet ihr ungefähr eine Stunde verweilen. Und dann habt ihr die Möglichkeit, am Ende nach einer Cutscene das Schwert zu erlangen. Das Eden-Schwert, das ISO-Schwert aus Assassin's Creed Unity, mit dem ihr die Menschheit kontrollieren werdet. Ne, Spaß beiseite. Auf jeden Fall ist das der letzte Schritt, um dieses Setup zu bekommen. Jetzt mal die Frage an euch. Habt ihr ein besseres Setup? Seht ihr, da gibt es irgendwie vielleicht eine bessere Kombination? Lasst mich das Ganze mal in den Kommentaren wissen und wir können mal herausfinden, was denn wirklich das beste Set ist. Das war es aber von meiner Seite, Freunde. Ich bedanke mich bei euch. Wenn ihr weitere Videos von mir sehen wollt, würde ich mich freuen, wenn ihr hierbleibt mit einem Abo. Und dabei sogar die Glocke aktiviert. Dann verpasst ihr das auf jeden Fall nicht. Da würde nicht nur ich mich freuen, sondern auch der liebe Abo. Also, bis bald. Was? Höre ich da die Glocke? Nice. Jetzt heißt es für euch abwarten und Mäh trinken. Auf das wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, euer Abo. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.